ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen marktupdate der S&P 500 zögert in dieser woche in der nähe des jahreshochs und das lässt natürlich einige zweifel über eine weitere holung aufkommen wollen wir gleich mal hier auf die charts schauen den risikoinweis gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit CFD ist dessen mit gewissen Risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche legen wir direkt los und der S&P 500 hat es seit oktober bis zum 78,6 prozent retracement der vorherigen abwärts bewegung geschafft der anstieg von 700 punkten bzw knapp 20 prozent ist natürlich ordentlich aber das erreichen dieses retracement bedeutet nicht dass der abwärts trend übergeordnet beendet ist solange das august hoch nicht durchbrochen wird ist die rallye nur eine bärenmarkt rallye irgendwann wird auch aus einer erholung dann ein neuer aufwärtstrend aber das würde sich dann eben erst hier oben entscheiden und aktuell sieht es danach aus dass sich die handelsspanne kurzfristig weiter verengt und auf wochenbasis haben wir jetzt ein inside bar also die ja der markt bewegt sich also in der range der vorwoche was bedeutet dass anleger zunehmend unentschlossen werden sie wollen auf ende auch die tiefs im aufwärtstrend erwischen und nicht im abwärtstrend und deswegen gibt es hier noch einiges aufzuholen gehen wir mal rüber zur wti auch hier haben wir seit einiger zeit einen abwärts gerichteten trend für eine trend umkehr müssen die käufer das dezember hoch bei zwei und bei 83 dollar ungefähr durchbrechen gestern wurde allerdings im kurzfristigen bild eine wichtige widerstandsmarke durchbrochen und zwar bei knapp 78 dollar das ist der abwärtstrend und das könnte bedeuten dass die käufer einen weiteren versuch unternehmen diese vorhin genannte hürde sozusagen an zu visieren lasst gerne einen daumen da mehr analysen gibt es in meinem video von heute morgen den link gibt es natürlich wie immer unten in der beschreibung viel erfolg vor heute und bis zum nächsten mal